Hallo, ich bin der Carsten von Musikhaus Korn und heute zeigen wir euch vier Taschen, mit dem ihr euren Bass oder eure Gitarre transportieren könnt. Als ersten Kandidaten haben wir die Korn Basic Tasche. In der einfachsten Ausführung für ca. 20 Euro aktuell. Als zweites die Korn Tasche Fischensee für ca. 30 Euro. Da haben wir als drittes im Grunde die Korn Premium Tasche. Und als viertes und letztes für ca. 70 Euro die GEWA Gigback Cross 30. Alle Taschen bestehen aus dem gleichen Material. Das nennt sich Kodura. Das ist im Endeffekt ein Gewebe aus Nylon. Und das wird im Endeffekt, werden die Fasern zerstreut und dann nochmal neu verflochten. Das gibt es in verschiedenen Stärken. Das ganze Fadenstärke wird im Regelfall in der Größe Denier angegeben. Ein Dinier drückt aus, dass ein Faden 1 Gramm auf 9 Kilometer Länge wiegt. Unsere Taschen von Basic bis Premium sind aus 600 Dinier Fadenstärke. Und die GEWA Crossback ist aus einer 1860er Stärke. Das heißt 1,86 Kilo pro 9 Kilometer Fadenlänge. Und umso dicker so ein Faden ist, umso widerstandsfähiger kann der sein. Hier ist die Stärke von der GEWA Gigback Cross. Und einmal das Sechsen unter Dinier. Dieses Material eignet sich besonders gut. Dadurch, dass es reißfest ist und wetterbeständig. Komplett wasserdicht ist es nicht. Ihr könnt das ganze imprägnieren und dann habt ihr auch einen optimalen Wetterschutz. Kommen wir zu den Griffen an den Taschen. Bei der Corn Basic Tasche habt ihr eine kleine Öse zum Aufhängen. und einen einfachen Tragerieben. Und zum seitlichen Transport auf der Oberseite. Bei der Corn & Fischen Zieh Tasche kommt jetzt noch zusätzlich hinzu, dass die ganzen Gurte ein wenig dicker geworden sind. Und dass ein zusätzlicher Griffen zugekommen ist, nämlich den an der flachen Seite. Also wir haben einmal übertragen, einmal auf der Oberseite und einmal auf den Rücken. Dasselbe trifft auch für die Corn Premium Tasche zu. Zu guter Letzt die GEWA Gigback Cross. Wieder auf der Rückseite die Möglichkeit das ganze als Rucksack zu tragen. Und an der Seite ein wirklich sehr dicker und komfortabler Griff. So, schauen wir uns mal die ganzen Taschen von der Unterseite an. Inwiefern die Taschen euch schützen. Beziehungsweise eure Gitarre. Bei der Basic Tasche schützt euch im Endeffekt nur das Cordura Gewebe. Und kein zusätzlicher Gummischutz ist vorhanden. Bei der Efficiency Tasche habt ihr eine kleine gummierte Fläche, die halt vor Nässe, Dreck und spitzen Gegenständen auf der Unterseite schützt. Und ab der Corn Premium Tasche und für die Gigback Cross gibt es eine vollflächige, gummierte Unterseite, die eure Gitarre schützt. So, dabei jetzt mal alle hier zusammen auf dem Tisch haben, können wir uns mal die Podstock anschauen. Die unterscheiden sich insofern. Wir haben einmal bei der, angefangen bei der GEWA Basic, haben wir eine Stärke des Materials von 5 Millimetern. Bei der Corn Efficiency Tasche haben wir eine Stärke von 12 Millimetern. Bei der Premium ist das Material schon 20 Millimeter dick. Und bei der Gigback Cross 30, wie der Name schon impliziert, haben wir eine 30 Millimeter starke Polsterung. Der Innenbereich aller Taschen besteht aus einem fusselfreien Waben-Innenfutter. Damit so eine Gitarre optimal für unterwegs geschützt ist, bietet es sich an, beziehungsweise es wäre sehr von Vorteil, wenn eine Tasche eine sogenannte Halsauflage hat. Die Halsauflage dient dazu, dass die Gitarre fixiert wird in der Tasche selber. Dies habt ihr bei der Basic Tasche noch nicht. Das ist erst ab der Efficiency Reihe bei den Taschen mit vorhanden. Bei der Premium fällt das Ganze schon deutlich größer aus. Und die Auflage von der Gigback Cross. Wir schauen uns jetzt mal an, was alles ins Vordere fast der jeweiligen Taschen reinpasst. Also die Geber Gigback Cross ist von der Tasche noch die am kleinsten, zumindest in der Höhe ausfällt. Und im deutlich größten Bereich haben wir wirklich bei der Premium Tasche. Und bei der Efficiency Tasche. Wirklich ein schönes, großes Fach. Ich will jetzt einfach mal typische Sachen nehmen, die man in der Gitarre tut. Die Capodaster, Stimmgerät, Buchnoten und Saiten zum Wechseln. Und schauen wir mal, was alles in so eine Tasche reinpassen kann. Fangen wir mal an mit der Geber Cross Pack. Einmal hat einen relativ kleinen Fußabdruck, aber dafür hat ein bisschen Platz nach oben das Ganze. Fangen wir an einmal mit einem Buch von das Ding. Liederbuch, ca. 440 Seiten stark. Haben innen auch nochmal ein sehr verratives Fach für Kleinteile. So einen feinmaschigen Meschnetz. Was brauchen wir noch für unterwegs? Satz Seiten. Stimmgerät. Ein Capodaster. Und einmal Einsatzseiten. Und das kriegen wir ohne Problem hin. Beziehungsweise wäre jetzt hier noch Platz für eine Notenmoppe. Okay, die Notenmoppe bringt es fast zu überlaufen. Passt gerade so nicht rein. Aber wir müssen auch gestehen, wir haben jetzt hier ein über 400 Seiten dickes Liederbuch mit drin. Ich glaube, das ist eher ein selten Fall, dass ihr jedes Mal so ein dickes Buch mitschleppt. Die anderen Taschen würden wir jetzt in einem Schnelldurchlauf machen, damit ihr mal auf die Schnelle seht, was überall reinpasst. Im Regelfall sollten wir eigentlich fast überall dasselbe rein kriegen. Vielleicht passt in die eine oder andere Tasche noch zusätzlich die Notenmappe mit rein. Noch zu bemerken wäre für die Gigback. Hier haben wir oben nochmal ein flaches Fach. Das heißt, ich hatte nochmal zusätzlich einen Stauraum für alle möglichen Dinge. Vielleicht eine dünne Jacke, was zu trinken, was zu essen. Auf alle Fälle genug Platz in der guten Tasche. Vorne haben wir bei der Efficiency Tasche auch nochmal ein kleines Fach für Kleinteile, zu denen ihr schnell Zugriff haben möchtet. Bei der Korn Premium Tasche, ähnlich wie bei der Gigback Cross, habt ihr oben nochmal ein zusätzliches Fach mit drin. Und vorne auch nochmal ein kleines separates wie bei der Efficiency Tasche. Und zum Schluss die Blazik Tasche. Wir haben hier wirklich einen einfachen Eindruck von hier oben. Und zum Schluss werden wir jetzt nochmal alle Taschen einpacken. Und dann könnt ihr mal sehen, wie das Ganze in der Tasche verpackt aussieht. Wie wir vorhin schon erwähnt haben, die Taschen gibt es wirklich nicht nur für Konzert- und Western-Gitarre, sondern auch für Ehe-Gitarre und für den Ebers. Als Beispiel für die Taschen, die wir jetzt hiermit zur Verfügung haben, haben wir uns einfach mal eine Konzert-Gitarrentasche hingenommen und Taschen für die Western-Gitarre. Das seht ihr nochmal an. An dem Basic Stoff wirklich sehr dünn. Und oben an dem Hals haben wir keine zusätzliche Sicherung. Das heißt, der Hals ist unfixiert und frei hier drin. Als zweites haben wir jetzt die Korn Efficiency Tasche. Und die haben wir uns hier für eine Western-Gitarre ausgesucht. Bei dieser haben wir eine Halsstab-Sicherung. Das heißt, hier können wir die Gitarre schön fixieren. Und auf der Unterseite nochmal die einfache Bodenschutzsicherung. Die Trageriemen sind auf alle Fälle deutlich breiter und angenehmer. Ähneln schon die eines Rucksackes. Als drittes haben wir jetzt die Korn Premium Tasche mit der schönen großen Halsauflage. Die ist jetzt für das Beispiel wieder für eine Konzert-Gitarre gedacht. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Und den goldenen Abschluss macht dann die Gäber-Igik-Karren. Brauchst 30. kommen wir zum fazit für wen eignet sich jetzt welche tasche im endeffekt ist relativ einfach umso häufiger eure tasche transportieren wollt umso widerstandsfähiger soll die tasche sein wenn ihr nun mal ab und zu mal eure gitarre transportieren wollt aber primär zu hause seid reicht euch im prinzip die basic tasche zu wie empfehle ich trotzdem weil es ein bisschen häufiger wird kauft durch die efficiency tasche mit der heiz auflage und dem deutlich dickeren stoff von 5 mm auf 12 mm für alle die ein bisschen höheren anspruch haben und sag ich mal den bodenschutz komplett unten haben wollen ist er hat schon die premium zu empfehlen also es gibt es hier keine klare empfehlung was ihr haben müsste oder nicht haben müsst es bezieht sich immer auf den anwendungsfall und die crossback für 70 euro ist dann halt auch wirklich schon die tasche wenn man sagt ich möchte kein hard case haben aber wirklich eine stoff tasche die einiges aushält und sehr dick und gut geschützt ist ich hoffe wir konnten euch weiterhelfen neuer carsten herrthel von musik aus korn ich wünsche euch noch einen schönen tag auf wiedersehen